Der 29.05.2019. Man muss den Schornstein nur Zeit geben, denn fängt er alleine an zu rauchen. Ihr könnt es ja sehen. Tja, fiesen Brandgeruch haben wir hier. Das ist der Hit. Ich haue er nachher gleich ab. Tja, war sowieso die ganze Zeit drin. Badezimmerfenster und Schlafzimmerfenster sind zu, damit der Scheiß nicht auch noch reinzieht. Tja, das ist geil hier.